bitteschön hier habt ihr meine ausbeute an weihnachtssocken kann keiner sagen ich war nicht fleißig nachdem nach der anleitung wohl haus oktober weihnachtssocke müsst ihr einfach dann in der suchleiste bei youtube eingeben wohl haus oktober weihnachtssocke sind 18 teile mittlerweile habe ich die meisten muster im kopf ja ich finde es einfach nur mega ja da hat sich die ganze arbeit gelohnt dass hier vorne da das sind bestellte socken und das sind alles diese beiden die beiden also diese beiden sind geschenke und das da sind mal meine hell ja alles klar ihr schon glasen ihr süßen mäuse und alles da wünsche ich euch heute einen schönen heiligen abend ja ich werde dann noch weitere videos machen vom weihnachten und so euch ein bisschen mitnehmen mit euch das teilen das weihnachtsfest ja also bis dahin